Deutschland hat es bei der Qualifikation zur Europameisterschaft noch mal spannend gemacht. Die Spannung bei den Spielern schien unmittelbar nach Spielende gelöst. Zumindest bei Mesut Özil und Max Kruse. Zum Tor. Wie fühlt man sich da? Komm rein, macht den Siegtreffer. Ja, war natürlich ein überragender Pass von Mesut Özil, ganz klar. Aber auch der einzige Pass im Spiel, der das gut macht. Ne, klar.